Bei uns in Tübingen ist derzeit eindeutig das größte Problem die Wohnraumversorgung. Immer mehr Menschen können sich ihre Wohnung nicht mehr leisten oder bei Familienvergrößerung gibt es keinen Platz für die Kinder. Wenn man in die Rente kommt und das Einkommen sinkt, dann muss man die bestehende Wohnung verlassen. Die kleineren sind aber sogar teurer als diejenigen, die man hier hatte. Daraus entstehen heimliche soziale Probleme und Friktionen. Deswegen brauchen wir dringend regulatorische Eindrücke am Wohnungsmarkt, um die massiven Vertretungseffekte, auch die Gentrifizierungseffekte in den Städten zu begrenzen.